So, let's go, ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Dad's... Schon wieder die Frau! Hä? Wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss doch die letzte Karte-Dingsner, oder? Hä? Was ist denn jetzt da unten? Okay. Muss man das verstehen? Nö, oder? Nö. Wo muss ich jetzt hin? Verdammter Hacke, sag mal, willst du mich jetzt verarschen? Hä? Okay, okay, okay. Sag mal, sag das doch gleich, ey, ganz ehrlich. Mensch, hä, da war ich doch schon, da kann ich doch gar nicht hin. Ja, wie, was soll das? Ja, was soll denn das jetzt? Ach so! Mensch, sag das doch gleich hier. Seh Fickschner. Wollt ihr mal eine Folge auf Bayerisch? Nee. Nee. Vorrisch. Was? 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 Hä? Was zum... Okay. Was? 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 Ah? What? Oh, oh. Nein. 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 Was? Oh, Gott. Ich will hier nicht reingehen. Was? Das ist es, wonach wir all die Jahre gesucht haben. Das ist es, worauf wir gewartet haben. Hört sie nicht auf sie. Kommen sie zurück. Kommen sie zurück. Was zum... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wir speichern ab. Auch wenn es total sind, dass es wir speichern ab. Ja, wir speichern ab. Ich hab nichts besseres zu tun. Was zum Teufel, Mann. Halt die Klappe, ey. Der Marker ist Bullshit und die Monster sind tödlich. Mann, ey. Verdammt. Woher mich hin? Ah. Oh. Oh. Okay, 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 okay. Woher kommst du? Woher kommen diese Viecher? Woher kommen die? Klappe, Mann. Ah. Halt die Pappen. Oh, hier ist ein Klo. Oh, hier ist ein Klo. Ich hasse ein Klo. Ah. Kommt irgendwas? Kommt irgendwas Böses? Irgendwas Böses? Mietz. Ja. Es kommt nichts Böses. Ja. Halt die Klappe, Mann. Halt dir irgendwer was cooles geschissen. Irgendein Energieknoten. Durchfall. Ein Energieknotendurchfall. Hahaha. Ah. Halt die Klappe. Juh. Oh. Schlafblock. C. Wummechen. Das wie ich. Das wie ich. Lust. Stern. Böse. Ja. Das ist Gottes Plan. Ach, komm, ey. Halt die Klappe. Heute bei Poppen. Oh, dabei, bye. Heute, poppin, 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 poppin. Ja. Nein, das wird nix. Wieso habe ich eigentlich noch diese blöden Ripperklingen? Ripperklingen? Seriously, ey. Ah. Was ist hier? Ah. Was ist hier? Was ist das hier? Ich muss da durch. Oh mein Gott. Das ist nicht cool. Okay. Aha. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist verdammt ausgezeichnet. Das ist ausgezeichnet. Oh mein Gott. Das hat's. Das war wirklich gut. Ah. Was ist hier? Was? Was? Wie? Hä? Was? Wie jetzt? Ja. Äh. Oh mein Gott. Wie wär's? Oh mein Gott. Ah. Oh nein. Nicht so ein Kacklaber-Rind, oder? Oh mein Gott. Oh. Mein Gott. Hier ist doch wohl nichts los. Oh. Hier ist was. Nein. Nein. Rubin. Halbleiter. Oh. Nein. Gott. Kommen sie zurück. Nein, ich komme nicht zurück. Ich. Bin. Ein wenig. Nervös. Ein. Wenig. Nervös. Klappe. So. Wie, 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 wie mach ich das jetzt? Wie mach ich das jetzt? Okay. Kann ich dich irgendwie... Ne. Es geht nur zur Seite. Verdammte Hacke. Okay. So. Pass ich durch diesen kleinen Spalt durch. Nein. Komm, 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 komm. Eng zusammenrücken, Ladies. Eng zusammenrücken, Ladies. Hier muss ein dicker Mann durch. Ach komm. Junge. Isaac, mach dich klein. Verdammte Hacke. Wie? 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 Okay. Ha. Hört sich nicht gut an. Hört sich. Hört sich. Oh, warte. Oh, nein. Oh, ich muss mich einsperren. Oh, das ist nicht cool. Hey, hey. Das ist echt uncool. Oh, nein. Das ist echt uncool. Oh, nein. Nein. Los. Oh, Gott. Hey, da kommt jetzt kein Monster oder so. Hey, hey, hey. Da kommt jetzt kein Monster oder so im Kack. Ey, ganz ehrlich. Mädels. Mädels. Hey, wenn ihr jetzt zu unserem Monster kommt, dann bin ich angeschlossen. Verdammt. Hey, das wäre echt pretty shitty. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Darf ich das sagen? Oh. Oh, Gott. Blöde Küste. Schreck mich nicht. Mann. Okay. Okay, 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 okay. Wo muss ich hin? Wie? Da ist ja nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Oh, Gott. Hey, Leute. Ernsthaft. Okay, warte. Ich tue für den erst mal trainieren, wenn ich hier... Okay. 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 Das ist echt... Was? 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 Alter. Heiliger. What the... Oh, okay, 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 okay. 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 Alles klar. Hier war ein kleines Massaker. Kleines. Ganz kleines. Nur ein kleines. Oh mein Gott. Okay. 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 Hier darf keiner irgendwie irgendwelche Körperteile daran haben. Sonst werdet ihr zu hässlichen Monstern. Okay? Oh, Gott. Hä? Hey, Magninic. Oh. Oh, eine NAV-Karte. Oh. Wie, das war's schon. Und jetzt? Diesmal gibt es keine Fluchtmöglichkeiten mehr, mein Freund. Bis jetzt waren sie ja ganz einfallsreich. Ja. Aber meine Kreation ist frei. Wieder... Was? Nein, 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 nein. Nicht wieder dieses Viech. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. 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 Hey, das Viech kommt jetzt nicht. Leute, das Viech kommt jetzt nicht, oder? Hey, hey, ernsthaft. Oh mein Gott, nein, 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 hey, 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 hey Oh Gott, 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 oh ok was warte kurz ok oh das Monster es ist irgendwo da oh god ok ok oh das ist nicht gut oh das ist gar nicht gut Oh, das ist gar nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Okay, okay, okay. Hey, 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 hey. Junge. Shit. Alter. Wie wär's mit einer Runde Basketball? Nicht mit mir. Ich hab jetzt frei. Oh Gott. Das ist so gut. Wie jetzt? Wie verschlossene. Willst du mich forschen? Willst du mich forschen? Hey, hey. Oh mein Gott. Okay, okay. Hey, jetzt, jetzt. Okay. Okay, ich hab das Schloß überbrückt. Das ist zu gütig. Zu gütig. Zu gütig. Zu gütig. Danke. Was? Hä? Oh mein Gott. Ja, danke. Oh mein Gott. Wie? Hey. Verdammt. Ein Großteil der Sachen, die ich bisher herausgefunden habe, stammt aus Waffenaufzeichnungen. Man ist total irre. Aber trotz seiner Labilität könnte er gewalttätig werden. Verdammt, wir sind alle irre. Ich sehe meine Freundin, die wahrscheinlich tot ist. Oder die tot ist. Oder wahrscheinlich. Keine Ahnung. Mir wurscht. Verdammt. Mensch. Okay. Wir laufen. Wir laufen jetzt noch schnell. Zum nächsten Speicherpunkt. Ja. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Ich habe... Oh, ich habe ein Stase-Pack. Gut. Dann dreht mich doch nicht. Aber ich muss zum Shop. Hey, das Viech kommt jetzt nicht, oder? Hey, das Viech kommt jetzt nicht. Nö. Das ist ja viel zu langweilig. Genau. So ist gut. So ist gut. Hey, das Viech kommt jetzt immer noch nicht, oder? Wieso hat sich die Leiche bewegt? Ich habe mich alle zerschossen, ne? Ich dringte ran. Oh nein. Okay. Ja. Gut. Sehr schön. Okay. Inventar. 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 Halbleiter. Uh. Stase. Ja, komm, das behalten wir jetzt mal. Ripperklingen, die können wir verkaufen. Okay. Wir können ein paar Energieknoten kaufen. Yes. Das ist geil. Gut. Gut. Oh mein Gott. Dieses Viech, dieses untötbare Viech ist ätzend. Nur damit ihr es wisst. Nur damit ihr es wisst. So, jetzt tue ich es doch hier kurz ab. Dings nur. Yes. Werkbank. Nanoschaltkreise. Keine Ahnung. Ich wollte mal irgendwas cooles sagen. Ähm, Stase-Modul. Vielleicht soll ich mal das Stase-Modul. Ich glaube, das wäre echt mal, vielleicht gar nicht mal so verkehrt hier, ähm, äh. Ja, wisst schon. Also hier habe ich alles. Ja Gott, ich glaube, es wäre echt mal nicht verkehrt hier. Ne? Glaube ich. Was ich natürlich auch machen könnte, wäre das Chinesen-Modul nochmal hier voll ab. Ja, komm. Und jetzt können wir uns nämlich voll auf unser Rick-Dingsen spezialisieren. Genau. Aber jetzt erstmal, erstmal abspeichern. Oh ja. Ja, ja, komm. Gut. Gut, 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 gut. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit mir, mit Dead Space dabei seid. Mein Name ist Ben und ich sage für heute, auf Wiedersehen. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.